Ich habe vor dem Training 20 Minuten Zeit für ein Gespräch auf dem Trainingsgelände genommen und ja, wir haben eine ganze Menge Themen tatsächlich durchsprechen können, wie es ihm geht bei der aktuellen Belastung, inwiefern ihm die Zeit in England jetzt hilft, denn ja, da hat er Jahre bei Brighton gehabt, in denen er auch eine ganze Menge Saisonspiele hatte. Die haben ja zum Beispiel auch zwei Pokalwettbewerbe und international hat er da auch gespielt. Also sein Körper kennt das, was jetzt gerade passiert. Wir sprechen...